So, jetzt fahren wir mal hier nach rechts Richtung HTS Siegen. Jetzt stehen wir natürlich hier und ich hoffe, dass wir es gleich noch zu sehen bekommen. Hier ist eigentlich auch so eine Tafel, aber da ist nichts. Hoffen wir einfach mal, dass es jetzt noch da ist. Ich hoffe es. Und, oh ja, gelbes Blinklicht. Und da haben wir unsere 40. Hallo, 40, ja. Gut drauf achten. Dann blinkt es auch gelb, auch wie wundervoll. Gehe ich jetzt trotzdem in den vierten Gang? Könnte jetzt quasi auch rot sein, ne? Ne, ne. Was ist denn hier los? Ich habe denen richtig was geboten. Bleiben wir mal hier online, ja? Da die SOS-Säulen leuchten gelb. Werden alle sterben. Oh mein Gott. Oh nein. Willkommen in der Hülle. Oh mein Gott. Ich sollte qualitativ hochwertigen Videos ohne blöde Kommentare machen. Ah, klingt jetzt nicht mehr schön. Ja, also normalerweise machen die die 40 immer, wenn die Arbeiten hier im Tunnel vornehmen. Dann drosseln sie die Geschwindigkeit auf 40, das kommt sehr, sehr selten vor. Deswegen wollte ich es jetzt mal filmen, damit man das mal sieht, wie das aussieht. Ich habe irgendwie auch etwas zu mir vorookert. Ich habe plate das Geld. Ich habe auch eine rehears hedgege als'm mit unseren und nachgelebt. Ich habe mich geilen wollten. Vielen Dank.